My Heart Gives You Love My Heart Gives You Love Titel unseres fünftes Symphonie-Konzertes im Rahmen des Kurt-Weil-Festes. Die Anhaltische Philharmonie gehört, gehört zu werden. Dieser Werbeslogan begleitet uns schon viele Jahre. Wenn Sie auch finden, dass die Anhaltische Philharmonie gehört, gehört zu werden, schicken Sie uns bitte Ihre eigenen, persönlichen, kreativen Liebesbotschaft. Was könnten Sie machen? Sie könnten zum Beispiel den Satz vervollständigen. Die Anhaltische Philharmonie gehört, gehört zu werden, weil ... Oder Sie bedenken eine eigene, kreative, neue Werbeslogan für die Anhaltische Philharmonie. Sie könnten ein 20-30 Sekunden Selfie-Video aufnehmen, worin Sie Ihre Botschaft dann erklären. Sie können dann zu unserer Webseite gehen und da gibt es eine Möglichkeit, das Video direkt hochzuladen. Wenn Ihnen das alles viel zu kompliziert ist, dann besuchen Sie bitte unser fünftes Symphonie-Konzert am 5. und 6. März, wo es die Möglichkeit geben wird, mit Hilfe unserer Mitarbeiter ihre Botschaft aufzunehmen. Und bei einem Wettbewerb gehören natürlich auch Preise. Es gibt mehrere Preise, aber der Hauptpreis wird sein, die Anhaltische Philharmonie einen Tag lang begleiten zu dürfen zum Classic Open-Air-Konzert in Berlin. Wir hoffen, Sie haben jetzt große Lust bekommen, an unserem Wettbewerb und Aktion teilzunehmen. Sind Sie dabei? Wir würden uns freuen, weil die Anhaltische Philharmonie gehört, gehört zu werden. Vielen Dank!